Bergschuhe sind das A und O im Bergsport. Ohne sie geht gar nichts. Doch trotzdem gibt es für jede Anwendungsart ideale Schuhe und weniger ideale Schuhe. Fangen wir bei den High-End-Modellen an. Also den hier, oder? Nein, Moment. Vorher noch kurz eine Erklärung, wie man Bergschuhe eigentlich unterscheiden kann und wieso das für euch sehr wichtig ist. Bergschuhe werden üblicherweise in verschiedene Kategorien eingeteilt. A, B, C und D. Kategorie A Schuhe, darunter fallen vor allem Trailrunning Schuhe und leichte Wanderschuhe mit weicher Sohle und dünnem Gummi. So wie die La Sportiva Bushido hier. Hier ein getragenes Modell, bei dem man auch gleich das Problem sieht. Die Konstruktion ist auf Belüftung, Flexibilität und Tragekomfort ausgelegt. Das bedingt Abstriche beim Thema Sohle und Außenmaterial. Die Sohle ist hier nach deutlich kürzerer Zeit komplett flach und das Profil quasi weg. Das Außenmaterial bringt das Problem mit sich, dass hier Schnee, Wasser, aber auch Dreck durch das Netz in das Innere des Schuhs gerät und den Schuh damit ebenfalls von innen heraus zerstören kann. Die Schuhe zeichnet vor allem das geringe Gewicht aus. Ab 200 Gramm ist man bei manchen Modellen schon dabei. Viele Bergschuhe wiegen das Zehnfache. Kategorie B Schuhe sind klassische Wanderschuhe. Es gibt sie in hoch und niedrig. Früher hat man gesagt, dass B Schuhe immer über den Knöchel gehen, doch davon ist man mittlerweile abgekommen. Und man konstruiert auch Schuhe mit gleichem Aufbau, nur eben mit halber Höhe. Sie haben eine flexible, aber dennoch belastbare und dickere Sohle als die Kategorie A Schuhe. Die Flexibilität lässt perfekten Komfort zu und dennoch muss man sich nicht vor Spitzensteinen oder irgendeiner anderen Geländeart fürchten. Durch die Flexibilität bringen sie aber den Nachteil mit, dass Steigeisen nicht ordentlich montiert werden können. Kategorie B Schuhe sind ein Konstrukt, das weder Fleisch noch Fisch sein will. Teilweise gibt es sie mit einer harten Kante hinten, um die Kipphebel der Steigeisen montieren zu können. Teilweise nicht. Teilweise haben sie eine verhärtete Sohle. Teilweise nicht. Diese Kategorie hat keine vernünftige Definition in der Praxis, findet sie auch keine richtige Anwendung. Und es gibt zwar vereinzelt Schuhe, die in diese Kategorie fallen, aber meiner Meinung nach kann man diese aber trotzdem meistens eben der Kategorie B oder auch C zuordnen. Vor allem findet diese Mischkategorie bei Klettersteigen Anwendung. Kategorie C Schuhe sind bei Bergsteigern wohl das häufigste Modell. Sie sind bedingt Steigeisen fest und versuchen Komfort mit Technik zu verbinden. Die relativ steife und dicke Sohle sorgt für einen sicheren und stabilen Tritt ohne Rücksicht auf den Untergrund nehmen zu müssen, wobei eine harte Kante am hinteren Teil des Schuhs Steigeisen mit Kipphebel-Bindung ideal montieren lässt. Der etwas weichere vordere Teil des Schuhs lässt Flexibilität und zumindest ein wenig Komfort beim Abrollen zu. Sie versuchen also ein möglichst gemütlicher Allrounder zu sein. Wer harte, klobige Schuhe für anspruchsvolle Touren sucht, der findet sich in der Kategorie D bestimmt wieder. Diese Schuhe haben vorne den gleichen technischen Aufbau wie hinten. Eine harte Kante sorgt für die Möglichkeit automatische Steigeisen und deren Bügel vorne entsprechend einzuhängen. Dadurch sind diese Schuhe aber enorm steif und zwar von hinten bis vorne. Die meisten Kategorie D Modelle sind außerdem deutlich wärmer und dicker konstruiert als die anderen Kategorien, da sie am häufigsten beim Eisklettern oder auf Hochtouren über 4000 Meter oder sogar bei Expeditionen zum Einsatz kommen. Da kann man auch noch kurz die Expeditionsstiefel mit Innenschuh und Außenschuh-Prinzip erwähnen. Die sind zwar in unseren Breitengraden nicht so brauchbar, aber zählen eigentlich ebenfalls zur Kategorie D. So, und jetzt stellt sich noch die große Frage, wofür kann ich denn jetzt welchen Schuh verwenden? Naja, grundsätzlich darf man jeden Schuh für alles verwenden. Viele machen das heute auch, deshalb sieht man mittlerweile Trailrunning-Schuhe in der Watzmann-Ostwand, Hochtourenstiefel auf einem Wiesenhügel und alles dazwischen. Man könnte also meinen, dass die Kategorien völlig sinnlos sind und deshalb alles, was ich gerade erklärt habe, ohnehin wertlos ist und das Video jetzt vorbei ist. Aber halt! Hersteller geben zwar nicht vor, was mit ihren Schuhen passieren soll, aber die Konstruktionsweise und das Material legen gewisse Anwendungsgebiete doch schon nahe. Und genau die sollte man kennen, denn all diese wirren Variationen am Berg können durchaus auch gefährlich sein, wenn man nicht ganz genau weiß, was man tut. Also für welche Tour brauche ich welchen Schuh? Fürs Trailrunning immer, wenn man schnell unterwegs sein will und möglichst leicht, wenn man auf Wiesenwegen, Schotter oder einfach gemütlichen Hügeln im Voralpenland unterwegs ist, dann sind Trailrunning-Schuhe die beste Wahl. Sie sind wie Laufschuhe mit einem speziellen Profil und guter Belüftung. Klassische Schönwetter-Schuhe für nicht allzu anspruchsvolles Gelände. Trailrunning-Schuhe leiden viel schneller unter Witterung und Untergrund als es feste Bergstiefel tun, weshalb sie, wenn sie als Bergschuh missbraucht werden, deutlich schneller ausgetauscht werden müssen als die Bergschuhe. Deshalb solltet ihr eure Trailrunning-Schuhe liebevoll behandeln und damit keine Klettersteige oder gar Hochtouren gehen. Allgemein für Wanderungen empfehlen wir den Kategorie B-Schuh. Ein weicher Schuh mit ordentlichem Profil und einer dickeren Sohle, die einen problemlos über die meisten Arten von Gelände und Untergrund begleiten wird. Ein Loch im Schuh oder der Sohle ist hier deutlich unwahrscheinlicher als beim Trailrunning-Schuhe. Kleiner Einschub, wer genau schaut, wird merken, dass es bis zur Kategorie B die Wahl zwischen halbhohen Schuhen und Schuhen bis über den Knöchel gibt. Gerade die Halbschuhe werden in den letzten Jahren immer beliebter, weil sie auch so in der Freizeit mal schnell getragen werden können. Sie haben gerade für Anfänger aber den Nachteil, dass sie keinen Schutz des Knöchels bieten und damit hier auch keine steifere Verstärkung anbieten können. Das ist immer dann relevant, wenn man beim Wandern umknicken könnte. Anfängern soll das schon mal passieren dürfen. Daher sollte man sich vorher gut überlegen, ob man einen hohen oder einen niedrigen Schuh haben möchte. Der niedrige Schuh hat natürlich auch viele Vorteile. Er ist etwas leichter und hat durch die niedrigere Höhe mehr Bewegungsfreiheit. Man ist also flexibler und kann dementsprechend flexibler auf den Untergrund reagieren. Das ist aber alles auch ein wenig eine Glaubensfrage. Deswegen raten wir euch, ausprobieren, anprobieren und dann entscheiden. Alle Kandidaten für Hochtouren unter euch sollten sich bei den Kategorie C-Schuhen umschauen, denn die bieten die Möglichkeit, Steigeisen wirklich verlässlich zu montieren und haben trotzdem noch genug Flexibilität an der Sohle, um das Gehen nicht zu unangenehm zu machen. Dass oftmals Hochtourenschuhe auch für Wanderungen verwendet werden, halte ich für einen riesigen Fehler, denn diese Schuhe sind durch ihre verhärtete Kante hinten schlechter für die Ferse und den gesamten Bewegungsapparat inklusivo der Wirbelsäule. Das ist aber ein Thema für ein eigenes Video. Zusätzlich sollte man erwähnen, dass die Kategorie C-Schuhe zu 99 Prozent wasserfest sind und mit einmal im Jahr imprägnieren, hat man auch definitiv immer seine Ruhe. Manche Kategorie B-Schuhe können diesen Luxus nicht bieten. Bei Touren im Frühsommer oder Herbst, wenn die ersten Schneefelder im Weg liegen, kann das also definitiv ein Grund für Schuhe der Kategorie C sein, auch ganz ohne Hochtouren. Jetzt noch zu allen Hardlinern unter euch. Wer sich für Expeditionen, Mehrtagestouren über 4000 Meter und das Eisklettern im High-End-Bereich interessiert, der darf sich mit der Kategorie D ernsthaft auseinandersetzen. Denn für alles andere sind diese Schuhe eigentlich gänzlich ungeeignet und viel zu unbequem. Einen Kategorie D-Schuh einlaufen ist wie in einem sehr ungemütlichen Ziegelstein durch die Gegend gehen. Diese Schuhe haben keine Lust, sich groß an den Fuß anzupassen. Hier muss er von vornherein perfekt sitzen. Das macht vor allem die Suche nach dem richtigen Schuh sehr mühsam. Kategorie D-Schuhe werden weiters noch unterteilt in 4000er Schuhe wie den Lasportiva Nepal Cube oder den Karakorum, 5000er Schuhe wie den G2 von Lasportiva, 6000er Schuhe wie dem Phantom 6000 und 7000er beziehungsweise 8000er Schuhe wie den Olympus Mons Cube. Da sie aber durch die Bank meist sehr unkomfortabel zu tragen sind, würden wir diese Schuhe wirklich ausschließlich für einen entsprechenden Anwendungszweck empfehlen und nicht etwa für Wanderungen und Co. Wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Kommen wir noch kurz zum Material. Im Grunde genommen hat man bei Bergschuhen immer die Wahl zwischen Leder und Synthetik, also Plastik. Hier scheiden sich die Geister. Während der Lederschuh unglaublich strapazierfähig und warmhaltend ist, ist der Plastikschuh ein Stück weit leichter und die Luftzirkulation funktioniert etwas besser. Leder hat außerdem die ungute Eigenschaft gern mal zwei bis drei Ewigkeiten zum Trocknen zu brauchen, während die Plastikbomber deutlich schneller wieder einsatzbereit sind, wenn sie mal komplett durchgeweicht sind. Das Fazit ist also folgendes. Schuhe haben definitiv ihre Regionen und Untergründe, auf denen sie den meisten Sinn machen. Noch hat keiner irgendjemanden zur intelligentesten Schuhwahl gezwungen, aber naja, es macht dann doch irgendwie Sinn. Trotzdem ertappe auch ich mich dabei, wie ich einfach wegen den winterlichen Temperaturen den Hochtourenstiefel zum Wandern anziehe und das ist genauso okay, wie wenn man mit den Trailrunning Schuhen die Watzmann Überschreitung macht. Man muss nur genau wissen, was man tut und mit den Konsequenzen entsprechend leben können. Stichwort Eigenverantwortung. Die empfohlenen Einsatzgebiete der Schuhe machen am Ende des Tages aber eben immer noch am meisten Sinn. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr den Alpenbackademy YouTube Kanal abonniert, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wie immer wünschen wir euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit, tolle Touren und die richtigen Bergschuhe bergheil.